Als ich den Trailer zu Argyle gesehen habe, dachte ich mir zuerst noch, ah, geil, Henry Cavill und John Cena zusammen in einem Film? Aber nach Sichtung des Films muss ich ganz ehrlich sagen, denn es handelt sich dabei um dieselbe Mogelpackung wie schon zuletzt bei The Expendables 4 und Sylvester Stallone. Basierend auf der Tatsache, dass James Bond Autor Ian Fleming im Zweiten Weltkrieg wirklich als Spion tätig war, erschuf man in Argyle eine Geschichte rund um die schüchterne Autorin Ellie Conway, die Agentenromane schreibt und deren Hauptcharakter, der Superspion Argyle, im Mittelpunkt steht. Im Verlauf des Films stellt sich aber heraus, dass Ellie Conways Geschichten mehr der Realität entsprechen, als ihr Lieb ist. Daraufhin entwickelt sich um sie herum eine völlig abgedrehte Story, in der es darum geht, eine echte Spionageverschwörung aufzudecken, während die Grenzen zwischen Realität und Ellie's Romanen immer weiter verschwimmen. Regisseur Matthew Warren, der schon alle Kingsman-Filme inszeniert hat, wurde gefragt, ob Argyle im selben Universum spielt. Er antwortete darauf, dass beides in seinem Kopf existiert, also dass dasselbe Universum ist, aber es gibt natürlich noch weitere Verbindungen zu den Filmen. Wie zum Beispiel eine Post-Credit-Scene, die ich jetzt natürlich nicht weiter spoilern möchte, und natürlich Samuel L. Jackson. Der spielte bereits in Kingsman The Secret Service von 2014 mit und ist zehn Jahre später ebenfalls wieder in einem Matthew-Warn-Film zu sehen. Es gibt Spekulationen, dass es sich dabei um dieselbe Rolle des Charakters Valentine handeln könnte, aber gut, meiner Meinung nach wird er einfach zu viel hineininterpretiert. Samuel L. Jackson ist mittlerweile gefühlt in jedem Franchise zu sehen und irgendwie hat da in den letzten Jahren bei mir auch eine totale Übersättigung stattgefunden. Früher dachte ich mir, ah geil, da spielt ja Samuel L. Jackson mit. Heutzutage denkt man sich einfach nur noch, du schon wieder. Argyle hat einen wirklich sehr namhaften Cast, aber alle großen Namen, wie zum Beispiel Brian Cranston, Henry Cavill, John Cena oder auch Dua Lipa spielen im Film leider nur kleine Rollen. Und ja, die Mutter von Kevin ist auch am Start. Vielleicht ging das meiste des Budgets ja für die Gage der Stars drauf, aber guckt man sich nur einmal die Special Effects genauer an, dann muss man gestehen, dass diese einfach nur billig aussehen. Abgesehen davon sieht der komplette Film absolut künstlich aus. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das ein bewusstes Stilmittel ist, um die künstlich erschaffene Welt der Schriftstellerin und ihre Wahnvorstellungen besser zeigen zu können, aber es sieht trotzdem scheiße aus. Die Schriftstellerin Ellie Conway wird von Bryce Dallas Howard gespielt, die man zuletzt in der Jurassic World Trilogie gesehen hat. Anfangs, muss ich sagen, kam sie in Argyle noch recht sympathisch rüber, dann gibt es aber einen Wendepunkt im Film, einen richtig geistreichen Twist und ab da ändert sich ihr Aussehen und auch ihr Auftreten, was mir absolut nicht gefallen hat und was ich auch persönlich sehr unpassend fand. Sam Rockwell ist der eigentliche Star des Films und der rockt, wie sein Name schon sagt, mal richtig die Show und hat auch einige Lacher auf seiner Seite. Es ist nicht alles schlecht in Argyle, phasenweise ist es ja sogar eine ganz nette Agenten-Komödie, vor allem zu Beginn. Aber in der letzten halben Stunde hat mich der Film dann komplett verloren. Da wird nämlich die eh schon sehr comichafte Story und auch Inszenierung völlig überdreht. Speziell eine Eiskunstlaufszene war für mich einfach nur noch zum Fremdschämen. Und dann wird nochmal einer draufgesetzt und nochmal und nochmal. Das Ende nimmt überhaupt kein Ende mehr. Die Katze ist das Gegenteil von niedlich und kommt einem so vor, wie ein verzweifelter Versuch, ein paar Katzenliebhaber ins Kino zu locken, was für meinen Geschmack eher nach hinten losging. Schade, dabei hätte Argyle durchaus Potenzial gehabt. Wie gesagt, es ist nicht alles grottenschlecht, aber das meiste und das bei einer Laufzeit von 2 Stunden und 10 Minuten. Puh, verschwendete Lebenszeit. Da empfehle ich euch lieber nochmal einen guten alten Bond-Film anzugucken oder eben Kingsman The Secret Service von 2014. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus!